Ja, geh mal. Wir haben... Oh! Oh, ma fu- Wie ist das passiert? Und wie kommen wir jetzt weg? Oh, scheiße. Was bist denn du für ein schieres Viech, Alter? Das ist die Denise. Ah! Okay. Okay, also... Soll es sich für ein... Oh, nein! Oh, Gott! Oh, Mama! Oh, oh! Oh, oh! Ja, keine Ahnung, Mann. Ich muss... Ich suche den Facts, ich weiss es nicht, Mann. Ich weiss es nicht, wir sind so fucked. Wir sind so fucked. Ja, Mann, keine Ahnung. Wo ist er? Das Ding ist das Hilfenseite. Vielleicht können sich die gegenseitig fressen, oder so. Ich weiss es nicht. Was ist da? Ja, ja, Exit. Aber wir haben... Wir haben keine Ahnung. Da ist nichts. Warte, da steigen wir. Da geht's weiter! Ah ja, fuck mal leid, weiter. Ah ja, es kann nicht sein. Es kann doch nicht unser Ende sein. Es kommt! Oh, nein! Alter, komm schon! Es ist doch nichts wahr! Oh je, einer muss sich opfen wegen der Spinne! Von mir aus mach ich das. Okay? Während sie mich fristen und so drüber jumpen, bis ich eh wohin rennen! Das wird auch nicht funktionieren. Aber zuerst müssen wir mal den Blob irgendwo hinlocken, wo wir dann wegkommen. Oh Mann! Ja, du kommst da eh durch. Schau, wir locken ihn da rein oder so. Ja, man kann ja eh drüber jumpen. Das habe ich gemacht. Ja, wenn man genug Leben hat. Und wenn genug Platz ist. Obwohl ich schaue rot aus. Also eventuell schaffe ich es nicht nochmal. Ja, eben. Deswegen. Krall dann einfach da drüber runter. Wenn er dann zu mir kommt oder so. Ey, der Sau kommt zu mir gerade. Ja, okay. Ich schau, dass er zu mir kommt. Okay, er kommt zu mir. Nein! Was ist das? Oh, Alter, wir sind so fucked. Warum? Oh mein fuck. Kann das Ding? Laufen. Okay. Oh, wir sind zu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Mami! Ich kann einfach nicht mehr. Hilfe, Scheiße! Ich warte dir! Nein! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh. boo, oh, 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 oh.